Achtung! 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 schwach Achtung! 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 Abschalten, abschalten! Abschalten, abschalten! Abschalten, abschalten! Abschalten, abschalten! Und was plant die SPD hier in Hamburg? Das muss man sich auch vor Augen halten. Die SPD hier in Hamburg plant, mit Wattenfall und Ehren wieder ins Bett zu steigen. Die Netzgesellschaft... Die Netzgesellschaft ist schon gegründet, die gibt es schon und jetzt soll quasi mit dem Energiekonzern ins Bett gestiegen werden. Dabei ist die Stadt schon mit 450 Verträgen mit dem Energiekonzern im Bett. Das ist eine Sauerei. Und wir haben hier etwas ganz Konkretes, was wir hier in Hamburg tun können. Im Juni ist das Volksbegehren unser Hamburg-Unternet.